Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Meine Hände! Ich kann es nicht mehr lange halten! Eva! Ah! Do you call this glorious? Murdering women and children? Know your place night! You pledge your life for the cause. Für Gott, nicht für das. Ich bin die Sprache von Gott in der Welt. Seine Sprache in meinen Augen. Vielleicht ist es nicht seine Sprache, die du hörst. Ich bin die Sprache von der Kirche, in Wahrheit und blameless in der Sight von meinem Herrn. Du bist nicht mehr als ein Rögel mit Blut auf den Händen. Wer kontrolliert dein Insolent Tongue? Get the hell out of here. You cannot leave. Ja! Ja! De Belzac. Clavis Solomonus Regis. Der Schlüssel Salomons. Das Buch, von dem der Kardinal sprach. In diesem Buch befinden sich alle Rituale, Gebete und Beschwörungen, die jemals vollzogen wurden, um sich gegen die dunklen Mächte zu erwehren. Und, könnt ihr das Ritual vollziehen? Was für ein Wahnsinn ist das? Ein Fluch aus der Hölle. Er wurde uns auferlegt von der schwarzen Hexe. Ihr seid alle schuldig, weil ihr mit dem Teufel paktiert. Nein, wartet! Tut es. Nein! Ich bin Bhaemon von Blybrook. Euer Name ist Legende. Ihr müsst die Hexe nach Severok bringen und dort ihre Kräfte zerstören. Ist das die Hexe? Nicht in meinen Augen. Ich nehme das Mädchen mit, aber wenn sie nicht ist, was ihr sagt, werdet ihr sie nicht verbrennen. Ihr seid nicht wie die anderen. Glaubt ihr, dass ich eine Hexe bin, Bhaemon? Lasst euch nicht täuschen. Sie erkennt die Schwäche in unseren Herzen. Und was sie sieht, wird sie gegen uns benutzen. Ihr fürchtet mich nicht. Oder etwa doch? Diese Männer sind kampfbereit. Bleibt in einer Reihe hinter mir. Sie verteilen gegen den anderen Aufherz. Sie müssen bestraft werden. Beenden wir das! Wir brauchen mehr Weihwasser.